Hallo YouTube! Willkommen zurück zu It Takes Two! Ich lasse mich jetzt in Zukunft nur noch tragen. Ja, das war ja klar. Ich schicke dich gleich hier rüber. Wir wissen immer noch nicht, ob das jetzt hier so richtig war, aber... Wir gucken jetzt einfach mal. Nach oben schleudern, oder? Okay, warte. Warte, ich muss zu dir. Warte mal, kann ich dich... Ich geh mal runter. Oh, Woods, no joke! Ich kann auch... Das ist viel besser, übrigens. Ja, ja. Weißt du, kennst du diesen... diesen... diesen Witz? Also, den kann ich jetzt hier im Internet nicht erzählen. Erzähl mir später. Ah, ich kann mich... Hier lang? Warte mal. Und ich glaube, wir müssen da drüben lang. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Dass wir... Warte mal, dann stell dich mal vor das Eis. Ich glaube, wir haben uns halt einfach durchgeglitscht. Hier, warte. So, du musst an mich ran... Ding siezen und dann wieder zurück. Nee, du kannst... Du kannst, wenn du... Aber ich glitsche ja zu dir, wenn du am Eis stehst. Warte mal, dreh du dich mal rum. Warte. Warte. Nee, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal das Kapitel neu starten. Ich glaube, das wird so nicht... Ja, es ist ein bisschen... Aber warum geht das? Haben wir hier einen Pack gefunden? Anscheinend, ja. Aber das ist klar, guck mal, das sieht so zerbrechlich aus. Wir hätten das bestimmt zerbrechen müssen, indem wir uns aneinander von der anderen Seite so... Weißt du? Weißt du was? Ich drück gerade Anziehungskraft und A. Damit können wir das kaputt machen bestimmt, wenn wir auf gegensätzlichen Seiten stehen. Ja. Okay, YouTube, wir sind gleich wieder da. Wir starten mal das Kapitel neu. Gleich. Hallo, wir sind wieder da. Jetzt aber. Lass uns... So muss das. Wir haben tatsächlich einen Bug gefunden, ihn. Ich bin einfach durch das Eis geglitscht. Also Anziehungskraft und A ist quasi zerstören. Äh. Warte mal, ich kann mich ja abschließen, warte mal. So, jetzt musst du wieder zu mir. So, hier kann ich mich rüberschießen. Oh, aber hier ist... Kommen wir von der anderen Seite besser rüber? Nee. Ah, warte. Einer muss auf die andere Seite und dann müssen wir uns in die Mitte zusammenziehen. Ah. Müssen wir aber zeitgleich drücken, oder? Ja, ich glaube. Okay. Eins. Drei. Drei. Ah, kichert. Also wenn wir dann keine Kopfschmerzen haben, weiß ich auch nicht. So, also YouTube, falls es bei mir irgendwie zwischendurch ein bisschen ruckelt oder irgendwas... Ich weiß gerade nicht, was bei mir irgendwie falsch ist. Meine Codierung ist auf einmal überlastet und ich weiß nicht, warum. Es wird nichts an den Einstellungen geändert. Aber dann gibt es bei dir wenigstens auch ein paar Problemchen. Ich habe hier immer die Bugs. Okay, wir bleiben uns nah an uns. Keep your magnet ready. Das ist das hier. Oh, ne. Wenn du das runterziehst und ich drauf springe... Also, weiter kann ich es nicht... Ich glaube, das ist... Müssen wir da irgendwas machen? Weiß nicht. Guck mal, das ist unsere Gondel, oder? Also, oder eine von... Warte, du musst dich an das Rote jetzt da oben randingsen. Das ist ja auch ein Meer. Da oben das rote U. Ich sehe oben kein rotes U. Dieses Kreuz, dieses rote Kreuz. Also, da, das Rote. Da musst du dich ranziehen. Aber ich muss mich doch an blau ranziehen. Ich kann mich an... Warte. Ich kann mich an das da oben nicht... Also, mir wird da ein U angezeigt, aber ich kann mich da nicht ranziehen, weil ich immer zu dir gehe. Ich glaube, wir sind jetzt nebeneinander. Ich muss mich an dir festhalten. Ja, aber ich halte mich da fest. Ja, wir warten den Sturm ab. Wir warten den Sturm ab. Ah, okay. Okay. Der ist andersrum. Jetzt musst du auf mich. Nein. Ja, ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Also, ich... Da kommst du ja auf mich drauf. Ja, oder? Mann. Ich glaube, du musst dich erst festhalten. Okay, ich halte mich. Dieses Spiel, ey. So, jetzt müssen wir da rüber, oder? Wie überrascht ein... Du musst hinter mir laufen, oder? Hier ist blau, hier ist blau. Okay. Das nächste dort oben rechts ist rot, glaube ich. Alter, diese Farbe, das bringt mich so durcheinander. Am besten, du machst diesen Flitzesprung. Du bist viel schneller. Ja. Ja. Okay, ich bin dran. So, das nächste ist, glaube ich, wieder blau. Das wusste ich dann wieder. Ja. Ich halte mich. Und bei dir? Das nächste bist du dann wieder vorne. Das war eine Paartherapie, kann ich dir sagen. Das ist wirklich Paartherapie hier. Ich stehe jetzt einfach dahinter. Warum nicht? Aber wo dann hin? Da hoch, oder? Wo wir jetzt hier links sind, du? Ducken. Das ist hier. Wieso bin ich schneller wie du? Da ist wieder rot. Da musst du. Okay, kommst du zu mir? Na, warte. Ich komm dann... Halt du dich dann erstmal fest, wenn der Wind weg ist, und dann komm ich... Ich glaube, der geht hier nicht weg, oder? Da kannst du dich schon ansaugen. Irgendwas mit Shelter hat sie doch gesagt, oder? Ja, aber... Ja, aber... Da, hier unten. Oh, hier ist ein rotes Ding. Ich kann mich hochschießen. Wenn du auf mir drauf bist, kannst du dann mitkommen. Nee, dann kann ich mich nicht schießen. Äh, was ist hier gerade abgebrochen? Sag mal! Ich komm hier irgendwie mehr. Klar. Äh. Ich muss dort hinspringen, mich festhalten, glaube ich. Oder? Hinspringen, warte mal. Da ist ein blaues Kreuz. Warte mal. Du probierst. Okay, ich halte mich hier. Hast du irgendwie zu mir, oder? Ich weiß nicht so richtig. Weil ich kann nämlich hier rüber gehen. Ja, dann geh du mal rüber. Dann musst du dich wahrscheinlich auf die andere Seite stellen. Achso, ja. Du kannst ja rüber schnipsen. Boah. Das ist das Spiel. Okay. Ich komme. Jetzt sind wir aber hier, auf der Seite. Ist das so viel besser? Nee, ich glaube, wir müssen eher in die Mitte, oder? Ja, aber da ist ja... Du musst halt doch irgendwo festhalten. Aber jetzt sind wir... Toll. Was? Wieder rüber? Du sollst wieder rüber? Okay. Na, oder ich geh rüber. Warte. Du kannst dich hier nicht festhalten, an dem blauen Kreuz. Ja, aber ich soll doch rüber gehen, oder? Ja, aber... Wie? Warum sollen wir uns jetzt trennen? Ich komme auch nicht mehr rüber, also... Also... Ja! Ja! Wir sind jetzt wieder... So, und jetzt? Sind wir getrennt, und was sollen wir jetzt machen? Wir müssen in die Mitte dort irgendwie rein. Wir müssen zeitgleich wieder schnipsen. Achso. Oder? 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 Eins... Zwei... Drei. Nein, nicht kaputt gehen! Okay. Aber wir haben keine Magneten mehr. Nee. Ja, wir haben es geschafft! Ja! Das war gut, du warst! Ja! Ja, das ist toll. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ja. Ja. Ja, es ist wunderschön. Ja. 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 Sind schon süß, die beiden, oder? Oh, May! Schau! Wow! Schau, es ist so schön! Ja. Wir haben die Süßigkeit zurückgebracht. Ja. Ich weiß, warum dieser Buch uns hier nachgebracht hat. Ja. Ja. This is where I proposed. I was so nervous. I know. And that's what made it special. Really? You know, how you forgot your whole speech. It was the worst proposal in the history of proposals. No, Cody. I didn't care about the words. It was the way you handled it. Without trying to hide how scared you were. It was brave. La, 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 la. Weiß er eigentlich, was er gerade zerstört hat. Ja, voll idiot. What a beautiful moment you two. You're making great progress. We got more work to do though. Are you ready? Let's get going! Hey! 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 Das arme Kind hockt den ganzen Tag da allein rum. Ja. Aber auf dem Tisch steht die Tasche mit Words Greatest Dead. Haben wir die nicht letztens kaputt gemacht? Ja, haben wir. Aber ich glaube, wir sind ja sowas wie in einem Paralleluniversum irgendwie. Also das, was bei uns passiert, passiert nicht wirklich. So in real, glaube ich. Und so are we. Mmm. Hello, Sir! Okay. 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 I'm gonna die. Okay. Okay. Ach, die Couch. Vor allem ist es nicht da, wir sind begeistert. Ach, ihr wisst, das weiß, das bedeutet. Pache, 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 Pache. Uh, nein. Vielleicht ist er mit euch ein Hübscher. Gut, wir sagen ihm. Wir haben hier ein Teil gegeben, weil du eine eigene Hübscher wollte. Aber dann hat er es einfach nicht durchgezogen. Ich habe nie gehört, warum. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, you never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault. You see, this is why we can't live together. You see, that's why I gave up. I do see. But look what it did to your relationship. Cody, it's time to awaken. Fashion. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh, God. On top. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this. Come on. What is that? I didn't implant that. What is it? Use your head. And you will understand soon enough. My head? Yeah. Whoa. Whoa. Ah. Ah. Oh. Ah, warte. Ich muss erst das Ding aufmachen. und da kannst du... Warte. Oh. This feels so nasty. Ew. Okay, also das... Da mache ich Sachen nass und da kann ich die Sichel benutzen. Okay. Okay. Nee, da musst du... Warte mal, hier ist blau und hier musst du rangehen und irgendwas. Ist hier nix blaues. Warte, ich muss bestimmt wieder... Fuck, ja, einfach alles. Das ist auch komisch. Warum hat es bei mir blau angezeigt? Gucken wir den nicht. Das ist ein bisschen dry in this pot. Oh, that was fast. Whoa. 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 I'm thinner. Cody? Oh. Is that you? Yeah. This is amazing. Das war? Sprung und B. Ah, das kann ich nicht. Ich muss... Ah, warte mal. Ich kann hier oben. Help me over. I can't magically transform into a flower. Oha. Also langsam muss man auch sagen, wir haben schon so viele Kräfte gehabt, das ist irgendwie... Verwirrend. Irgendwann. Ey, meine Kodierung hat sich einbekommen. Ist wieder alles gut? Komisch, muss man. Oh, man. What happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. That is what happens when you abandon your passion. It gets infected. Infected? That purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? Ha? Ha? No. May? Let's take this purple stuff out. Let's do it. Ammonos! Okay. I can't believe how much it spread. That's how infections work. I know. But how can it take over this fast? It must be really powerful. Was bist du jetzt? We have to save the garden before it dies. Du bist Kaktus. Was muss ich denn schießen? Ich... Ich... Du bist Kürbis nicht? Ja. Du musst das Gewege freischießen. Oh Gott, was ist das da hin? Äh... Schieß die ab! Oh Gott. Kannst du hier irgendwas machen? Weil es kommt immer mehr nach. Warte, ja, warte, warte. Wo kommen die denn her? Ich kann hier aber auch nichts kaputt machen. Die sind born einfach. Ja, die kommen und die hinterher. Okay, das war es aber jetzt anscheinend. Ne. Kann ich rauskommen hier? Ja, ich glaube ja. Cool. Well, that'll teach him to stay away from my garden. You nailed it, Cody! Oh yeah! Kaktus style! Oh, du musst... Kannst du auf mich rauf? Und I think I can help you across this! Warte mal. Aua, okay, warte. Kannst du... Warte mal, ich muss... Hey! So... Warte... Ach so, nee, warte, Mist. Ich muss zwischendurch immer Blätter sprießen. Warte, das machen wir nochmal. Ich muss für dich immer Blätter sprießen lassen, damit du Plattformen hast. Das ist... Ja. Warte! Okay, ich bin da. Okay, also... Äh... Das looks thirsty! Okay, ich glaube... Kannst du zurück? Ich hab irgendein Fenster aufgemacht. Wieso geht's jetzt durch? Nee, da sind wir hergekommen. Da drüben. Aber ich weiß nicht. Warte, was ist das hier? Ah, ich kann rüber sliden. Ja, aber nee, da. Nee, 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 der kann da... Warte. Warte mal. Warte, ich kann dort nochmal durchwachsen. Ja, stimmt, musst du auch. Sonst komm ich nämlich nicht weiter. Okay, warte. Ich mach hier überall mal Blätter. Irgendwie creepy. Hallo! Ich seh deinen Hals! So, warte. Ich komm mal... Hopp! So. Oh Gott. Okay, ja. Du musst das da kaputt machen. Ah, da kannst du nämlich rüber sliden jetzt. Genau. Oder? E... Ja. Ja, jetzt ist es weg. Oh Gott, das Spiel! Jetzt werde ich wieder eine Blume. Das hat auch ein bisschen was von Grounded. Ja, so ein bisschen, ne? Also... Oh, weiter kann ich nicht. Okay, komm ich. So, jetzt ist die Frage, wie kommst du wieder hier rüber? Da oben ist was, was du kaputt machen kannst. Ja, oder? Oh, mein Handy hat gerade gebimmelt. Ah, ich muss mich dann hier schwingen, oder? Ja, du musst dich überschwingen. Ich kann es nicht rüber schwingen. So. Kannst du hier irgendwas machen? Ich kann hier nichts machen. Ah, jetzt kannst du sie füttern. Okay. Es ist eklig, dass das aus meinem Kopf kommt. Ja. Ah, okay. Gut. Gott, da wäre ich kein Bosskampf. Ich bin da nicht mehr dran gewöhnt, dass wir einen Bosskampf haben. Okay, was müssen wir... Ich halte sie fest, ich halte sie fest. Oh, jetzt kommen hier noch so andere. Aber ich kann mit denen nichts machen. Ja, ich muss die alle schmutzeln. Okay, ich warte, ich hole die große runter. So. Ah, hier sind kleine. Ey, das ist mies. Ich mach die klein und dann schießt das Vieh noch auf mich. Schaff mal. Ich hab sie. Ich hab sie getroffen. Aber... Wenn die so stehen... Oh. Au. 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 Nichts. Das ist unfair. Der... So, ich hab die... Äh... Ich hab die große. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ein paar Mal hat sie getroffen. Au. Au, jetzt bin ich ripped. Äh... Äh... Moin. Ich hab sie. Ne Zellen. Au. Oh. Oh. Hier sind ja... Kleine. Ich bin näher. Einmal noch dann. Ja, oder? Oh. Oh, wirklich, ne Zelle. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja. Wird. No. Oh. Oh, erinnerst du dich an die Scheiße mit der Uhr letztens? Oh. Ja. Wo wir in der letzten Millisekunde abgesch... Ja, genau das. ...kratzt du in genau das gleiche hier. Ja, aber ich hatte... Die hat auf mich geschossen und war natürlich egal. Alles gut. Ich... Alles gut. Alles gut, aber das so... Ah. Ist dir aufgefallen, wie der heißt? Tunneler. Oh, ich bin tot. Die kommt zu dir, pass auf. Lass los, lass los. Geh, geh, geh. Aber... Junge. Spuckt wieder. Ja. Ich hab halt auch nur so eine Mini-Sense. Ich hab sie. Ich hab sie. So, die Hälfte haben wir. Au. Au. Nicht sterben. Ich bin wieder da. Oh, Cody, Mann. Ziel halt mal richtig. Weißt du, an was mich dein Kopf erinnert? An die Zunge von Yoshi irgendwie. Geht auch mal so leicht. So, ich hab sie. Wieso bin ich jetzt tot? Hä? Ich hab sie. Au. Ey. Ich krieg von dir immer noch eine mit, wenn die wieder reingeht. Ich hab sie. So, jetzt schaff mal. Wow. Wir haben den Boss diese Folge noch geschafft. Ja. Woo. Und dann geht's doch weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Dann gucken wir, was da dahinter liegt. Ja. Also, YouTube, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.